Ja, moin moin, Mr. Stinky hier. Ich hab da was gesehen, was gehört, was gelesen. Wir haben hier so einen schönen Stuhl, so einen Designerstuhl für die Management-Klasse. Das möchte unsere Regierung gerne haben, so ein paar höhere Tiere. Ich sag mal Scholz. Davon 26 Stück. Ihr wisst nicht, was einer kostet, ne? Ich sag's aber mal. So ein Stuhl, laut Internetseite, an den anderen Seiten, 4.091 Euro, sagen wir mal 4.000, ist dann eben ein bisschen viel für einen Scheißstuhl. Ich sitz auf dem Stuhl, der ist schön bequem, hat nicht mal ein Zehntel davon gekostet und sieht sogar noch besser aus. Ich will den Stuhl jetzt nicht schlecht reden. Also der, der sich den leisten kann, kann sich das meine Dinge gerne kaufen. Aber für einen Otto-Normalverbraucher wird sich so einen Stuhl nie holen. Aber die, die sich das jetzt holen wollen, das ist unsere Regierung, schräg schräg Scholz. Der möchte ja 26 neue Stühle haben, damit das auch wieder gut aussieht, weil die anderen ja in der Jahre gekommen sind. Aber da frage ich mich, könnte das nicht ein bisschen billiger sein, dass ein Stuhl vielleicht nur 200 Euro kostet? Oder 300? Ich sag mal, unsere Kinder sitzen teilweise auf Holzstühle. Holzstühle ohne Unterlage für den Po. Wenn die ein Kissen haben wollen, ein Sitzkissen, dann können sie sich das selber mitbringen. Also für unsere Politiker wäre das natürlich auch mal eine Maßnahme. Hier so einen schönen Holzstuhl dahin, aber ohne Sitzkissen, dafür mit einem Nagelbrett. Dass das auch richtig schön wehtut, damit die auch mal an das Volk denken. Wir tun das fürs Volk, wir leiden mit denen. Aber du, sorry, nein. Die müssen echt mal anfangen zu sparen. 100.000 Euro, etwas über 100.000 Euro für 26 Stühle. Nein. Wasser prädigen, aber Wein saufen. Jeder Haushalt kann besser aushalten wie unsere Bundesregierung. Also wir sehen nicht zu, dass wir in den roten Zahlen kommen. Wir versuchen auch nicht irgendwie zu tricksen ohne Ende, dass das gut aussieht. Was wir nicht haben, das können wir auch nicht ausgeben. Aber unsere Bundesregierung kann es ja. Die haben es nicht, aber geben trotzdem aus. Schön immer auf Pump. Wie lange soll das Spielchen eigentlich bei euch noch weitergehen? Also wenn da nicht mal endlich einer kommt und ein Rotstift nach den anderen setzt, weil da wären nämlich auch ein paar Diäten weniger, was auch jährlich bei euch ja erhöht wird über hunderte von Euro. Da müsste man auch mal einen Rotstift. Wird gestrichen über Jahre. Also nee, tut mir leid. Fangt endlich an zu sparen und gebt nicht 100.000 Euro aus für so welche verdammten 26 Stühle. Denkt mal an uns, wie wir klarkommen müssen. Wenn ihr so einen haben wollt, kauft euch den selber von eurem Geld und nicht von unseren Steuern. Ich sage mal, bevor es weiter eskaliert, bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Stinky. Ciao. Ciao. Ciao.